Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Der Mene packt schon mal das Musikinstrument aus. Willkommen und Brilli auch hallo. Hallo, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Ja, finde ich auch. Letzte Folge sind wir hier durchs Portal geguckt und gucken jetzt nach, was machen wir denn für eine Mission? Wie heißt die eigentlich hier? Die Piratenkapitäne der Kapitäne. Irgendwas, die Oberkapitäne der Superkapitäne. Und jetzt eiern wir hier gerade im Sumpf rum. Schön, dass du weitermachst, Mene. Um das Eck rum. Ja, okay, man muss ja ans Steuer. Ja. So, hier vorne rechts, bitte. Ja, da war eine ordentliche Klimpehand drauf, mein Junge hier. Naja, du hast echt flotte Finger, muss man sagen. Ja, sicher. Damit habe ich schon so einige Sümpfe ausgekutscht. Du warst schön vollständig warm, ne? Ich glaube es dir auch. Eigentlich sind es auch keine Handschuhe, was du trägst, sondern es ist eine große, offene oder so. Sie, wir sollen uns betrinken? Naja, aber gute Idee. Aber ich muss hier noch einen Kompass lesen. Jetzt links. So schräg links. Schräg links. Also, links oder geradeaus? Na, da ist schon wieder einer über Bord gegangen. Hier, 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 ich schwimm's dir. Hier, hier, hier. Ich war halt geradeaus. Ja, ja. Mach ich hier einen reinlöten, oder? Du kannst ruhig noch ein bisschen weiter links. Bibel! Was ist? Ich schwimm neben dir. Tatsächlich. So, da vorne ist wieder so ein komisches Portal, wo wir durch können. Bisschen weiter links. Und dann siehst du es vielleicht auch schon. Okay, wartet auf mich. Ihr seid noch schneller als ich. Hart links. Hart. Große Felsen kommen. Oh Gott, ich bin kurz vor der Leiter. Könnte man sich ganz weniger Eingang... Ich bin einfach... Ich bin wirklich ein bisschen geisterhaft. Zieh mir. Was? Guck von vor. Guck dieses Wettrennen an. Das ist wunderbar. Zieh. Nein. Ja. Herzlichen Willkwunsch. Wo willst du hin? Wir müssen durchs Portal. Siehst du das nicht? Nee. Ja, aber ich darf ja nicht hier gegen die Seite fahren. Achso. Oh, jetzt rastet der Kompass wieder aus. Äh. Jetzt sagt Kompass andere Richtung. Von Bord gehen kann und Sachen finden kann in den... Ich weiß es nicht. Aber jetzt sagt der Kompass hier... Schmeiß einen Anker. Aha. Muss man wahrscheinlich das Boot reparieren. Ja, mach mal. Nein, äh. Äh. Gibt es hier... Äh, hier gibt, äh, hier gibt nicht mal Scheiße. Also der Kompass zeigt jetzt, ja, äh, hier quasi, wenn wir Richtung, wenn wir nach vorne schauen, guckt er so nach, nach Osten direkt. Ich weiß es nicht, oder ob wir müssen hier durchs Portal einfach durchfahren. Komm doch mal hier. Ja, guck mal, wo der Pülle hinrennt, da gehen auch so Laternen an. Da sind Laternen angegangen. Ja. Geil, Bewegungsmelder hier. Siehe. Komm mit, Junge. Wir schlagen uns durchs Unterholz. Das ist ja verrückt. Das sieht ja wirklich wie man hier einen aus. Die Blue Bayou. Okay. Da gibt's was hier. Das ist der Verdammt. Ich habe Kanonkuchen getragen. Also ich rate jetzt mal ganz wild, wir müssen irgendwelche Kapitäne killen. Bei Bord! Das bringt uns jetzt richtig viel. Kommt man hier irgendwie rein? Kommt man, kommt hier rein. Hups. Guck mal, die essen noch was. Wer isst? Kann die Flamme mitnehmen. Ah. Hui, ist aber hier. Ist aber mächtig. Was ist denn der da? Ein Apfel. Das sieht aber noch frisch aus. Apfel. Ja. Ein Apfel und ein Ei. Oh, hier ist aber Wasser im Schiff, würde ich mal behaupten. Hier ist ein Ruderboot, kommt rein. Mach mal eine Runde. Da steht er da, mit stolz geschwellter Brust. So, Ruder, er von da hin. Yallah. Warte mal, jetzt warte auf Mene. Ich dachte, wer drin? Nee. Uda, da sind Leute. Ich bin zwei Mene. Da steht einer. Mene drin? Ja. Ja. Ach, Ruder, das ist einfach meine Disziplin. Jo. Und fertig. Land. Ja, ja. Super Disziplin. Geht's nicht weiter, oder? Ja, er ist gerade aufgelaufen, also. Wird das noch weit? Ich kann das nicht. Rudern ist meine Disziplin, aber, ja, ja. Oh, jetzt hab ich noch mehr. Du hast noch mehr an Land, aber. Aber ich kann's nach vorne nicht schieben. Also, ich bleib hier drin. Wenn du so weiter machst, hab ich voll schreckt gleich Land in der Hose. Ab, bis 80 Gramm gilt's. Oh, jetzt wird er mal weggeportet, weil das so kackt geht. Oh, unser Boot geht unter. Was? Wir haben Wasser im Schiff. Habt ihr nicht repariert, nachdem wir an Land aufgelaufen waren? Du hattest doch gesagt, du reparierst. Nee. Habt ihr so verstanden? Nee. Oh, geil, man sieht übrigens an deinem Namen, was du gerade machst. Da ist jetzt ein Eimer daneben. Hä? Ja, das war doch schon immer so. Das hab ich noch nie gesehen vorher, so richtig. Sonst eigentlich nur, wenn ich einraubere. Und jetzt hast du eine Planke in der Hand. Genau, ich habe jetzt repariert. Und jetzt hast du nochmal einen Eimer in der Hand. Was machst du hier? Hier war eine Zwischensequenz. Ach, Zwischensequenz. Ich wurde weggeportet. Ja, aber du das Schiff reparieren solltest. Habe ich nicht weggeportelt. Geportelt. Okay, auf die andere Seite. Der Ruder-Linie ist zum Ende. Ich konnte doch gerade nicht drehen. Das ging nicht. Ich kann ja mal auf den Kompass gucken, wa? Lassen wir mal hin. Aber hier ist niemand. Wo müsst ihr hin? Nach, da wo, ja. Da wo ich bin. Also ich glaube, wir müssen durch den Dings durch, durch dieses Portal. Naja. Also der Kompass zeigt zur Mähne. Ja, aber nicht durchs Portal, sondern hier zu dieser Hütte. Okay. Ja, halt. Ja, halt, halt. Aber auch nicht direkt. Doch, direkt. Ich stehe hier und immer, wenn ich mich bewege, drehe, dass ich... Okay. In die andere Richtung. Ich stehe quasi genau drauf, aber... Aber da ist ja nichts. Da ist nichts. Kann die Hütte auch nicht aufmachen oder so. Eine Kiste drin. Kannst du deine Fackel da mal hochhalten? Ah, guck mal. Und da drüben ist noch eine Laterne. So, und nun? Ah, da unten. Guck mal. Hey ihr Vögel, ich bin euer Bürgermeister. Wir fräsen Bürgermeister. Das ist auch wieder woanders, ja. Was passiert denn jetzt hier? Und nun? Gekore dich zum Schießburger. Du machst Käse. Jetzt will der Kompass durch die... Nee. Durch die... Sollen wir da durch? Wir müssen die auch anleuchten, die Ollen hier. Ach so? Nö. Doch, einen musste ich jetzt wegleuchten hier. Guck mal, der hat jetzt eine Kerze in der Hand. Aha. Kerzen zu verkaufen. Ein bisschen Kerze. Hier, kann ich auch eine anmachen. Wo denn? Wisst ihr? Der Kompass zeigt dir das immer. Okay. Wer hat noch ausgemacht Kerze? Genau. Ritualgesang, brav, 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 brav. Ey, du bist sogar die richtige Sprecherin, oder? Ja, wala, wui! Wodurch sprechen? Ey, Vogel, du hässliche Fritte. Das sind aber schwere Schritte, würde ich mal behaupten. Ja, aber echt, ey. Ihr müsst ganz schön Gewicht haben. Das Haus um die Olle gebaut, oder? Ah, Barbossa. Am Barbossa-Platz. Barbossa, komm raus. Joa, joo. Äh, marschiert ja nicht so viel. Ah, hier, warte mal. Die hat wieder Licht raus. Warte, jetzt sind sie weg. Hauptsache Bananer. Jetzt endet sich der Kompass gerade wieder. Fortschritt. Ist auf, jetzt. Jetzt ist Licht raus. Ist auf. Ist er nicht auf? Ist auf. Haben wir noch? An Bord. Sollen wir auch durchfahren. Oh, da musst du aber jetzt mal hart einschlagen. Hab ich, hab ich. Weil ich kann ins Unendliche kurbeln. Jetzt ist abgehakt. So. So, okay, und jetzt? Gerade aus. Jetzt ist der Hühner Johnson wieder vorne drauf hier. Das war schön in dem Sumpf. Ich will zurück. Die offene See ist nix mehr für mich. Was ist denn? Was heißt hier Menno? Menno. Da kommt, äh, Tempelanlage. Jo, da müssen wir wahrscheinlich hin. Da kann man aber hui. Nicht schlecht. Nein. Das ist ja blöd. Was ist denn jetzt? Wieso, wo bist denn du hingeflogen? Alter, wie weit. Ach, du hast diesen Charge-Angriff gemacht? Ja. Ja, du bist aber der Gott. Ich weiß. Der Gott an der Haffung. Einer an Anker, dass wir nicht wieder ansehen. Hier mitten in der Mission. Ich bin am Anker. Er probiert es jetzt schon wieder, ne? Nein, nein, nein. Also, da ist ein Steg. Wir müssen doch hier an den Steg darüber. Bisschen weiter rechts, dann kannst du wunderbar anlegen. Ja, nicht ganz so weit, nicht ganz so weit, nicht ganz so weit. Ja, macht ja keiner die Segel hier. Optimizer schläft. Ne, Optimizer optimist hier nicht. Hier geht ja kein Wind. Hier geht kein Wind. Sieht sehr einladend aus. Das hieß mein Neues zu Hause. Ja, hm. Denkt mal dran, die Fässer zu looten. Ich will, was zu essen. Hm, lecker Holzplanken. Hallo? Jemand hier? No, wir erklären uns zu den neuen Göttern dieser Insel. Ja, gerade erst neue Frisur gemacht. Schon wieder hier, mitten im Abenteuer. Dreiwettertaft. Ich glaube, wir müssen hier wieder Dingskunst anmachen. Fackeln habe ich schon versucht, geht nicht. Doch, geht. Ruck habe ich angemacht. Ja, aber die hier geht nicht. Wo hast du die angemacht? An der Burg? Hier, ne, hier unten. Beim Skelett-Türk. Achso. Ich musste die Fackel anmachen. Hat der Kompass mir gesagt. Jetzt sagt der Kompass. Dreh, Dreh, Dreh. Mach hoch die Tür. Okay, runter geht er auf. Hümbelah, Hümbelah. Na geil, wenn man hier durch die Wiese läuft, dann leuchtet die Lila. Aha. Hier. Wir werden bestimmt auch wieder anzünden alle, oder? Ja. Wir hatten hier vorne die vergessen. Wer redet? Wer redet? Ist geil mit dem Gesang, echt. Ich habe einfach runtergesprungen. Gründen war richtig? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall was. Eine Dietrich. Guck mal, hier ist ein Steckbrich von Jack Sparrow. Hier, wo ich stehe. So, da. Irgendwelche Bücher oder sonst irgendwas? Ich habe jetzt noch keins gefunden. Ich finde das sehr geil gemacht mit dem Singen hier. Hier unten hält eine Riftrolle in der Hand. Gloss knacken. Ja toll, was bringt mir das denn jetzt? Hier, komm mal her. Ich bin auch runtergehüpft. Hast du den Dietrich noch? Der ist hier. Komm mal, hier kannst du ein Schloss knacken. Wie bist du da hochgekommen, Brülli? Der sei der. Ah. Aha. Das sieht doch nach Rätsel aus. Lass mich mal. Das sieht aus, wird so einen Dicken wie mich tragen, du. Stuck. Wie seid ihr jetzt da hochgekommen? Hier. Einfach, wo bist du? Einfach da hinten um die Ecke hier rum und dann hoch. Ah ja. Aber was bringt das jetzt da? Da. Ah hier, Treppe. Hä, wie seid ihr denn jetzt da rübergekommen? Du bist aber auch blöd gekommen, ne? Sprung, hier, jump, run, Puzzle. Na, das kann ich nicht. Aber hier ist doch nichts. Ich hasse Sprungrätsel. Äh, Brülli? Ja. Komm mal rein. Hier, ihr habt hier eine Kurbel vergessen. Hier ist ein Aufzug. Oh, okay. Hallo? Kommt man da rein? Bin drin. Ja, ich auch. Warte, 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 ich muss nochmal hoch. Ich, zu langsam. Brülli. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Der wollte raus, aber irgendwie hat er dann... Zu festgezogen. Nee, der hat eine Kugel abgekriegt. Hallo. Komm nochmal runter, du Kackding. Ist da unten. Ja, jetzt. Und du? Ja, komm mal hier hoch. Guck mal hier, der hat eine Kugel abgekriegt, als er an der Tür stand. Nein! Wo? Der Nackel. Oh. Eil, oder? Oh, wie geil, da hinten liegt er noch. Ja, ja. Okay, gibt es sonst noch was hier? Der hatte Hunger. Hier liegt das Essen. Ist aber auch gemein, ey. Hey! Und nun? Dann müssen wir bestimmt hier rüberkommen. Guck mal, hier geht ja noch ein Flaschenzug. Hey! Oh, Entschuldigung. Nee, guck mal, hier geht es ja noch runter. Dann? Darüber, oder was? Ja. Außen lang. Ja. Fuck it, die fuck. Boah. Ab ist Türs. Rasse, Sprungrätsel. Ja, wo ihr seid, war ich eben auch, aber... Okay, ich bin durch, durch Sprungrätsel. Okay. Jetzt bin ich hier. Oh, meh. Du musst jetzt über zu weit hüpfen, oder was? Ach, Junge. Oh, nee. Das schafft man nicht, verdammt. Das muss irgendwie anders gehen. Jetzt muss ich wieder hier... Oh, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da latschen. Mhm. Brille hat es auch nicht geschafft, anscheinend. Not funny. So, man muss schon außen lang. Ich bin jetzt erst mal drüben. Mhm. Ich bin zu schwer. Ja, und Zwiebel. Und dann? Genau da drüben war ich auch. Oh, ich bin wieder raus und runter gefallen. Ja, dann musst du hier rüber, anscheinend. Ja, das habe ich nicht geschafft. Oh, du hast es geschafft. Okay. Ja, klar. Ja, klar, sagt man. Klar, ich habe Flummi bei mir, ne, Mann. Ah, jetzt kann man hier hochfahren. Ich warte mal am besten auf euch. Na, komm, Kinders. Kommt. Hü, hüpf. He, he, hü, hüpf. Wo musst du denn? Hier rüber, oder was? Genau. Wie soll man das? Hier? Na, einfach springen. Jo. Du hättest springen müssen. Guck mal, der Mene hat es geschafft. Beim zweiten Anlauf. Ich war ja auch schon mal hier. Hier ist wieder so eine Kurve. Ja, aber da bewegt sich das ganze Ding hoch und runter. Das ganze Ding? Was ist das Ding? Naja, der ganze Käfig hier, der geht hoch und runter. Das ganze Ding hier. So Fahrstuhl-mäßig. So, Brilly, was ist denn du? Ja, ich bin noch am Weg, ne? Jo, nee, mach mal hin, du. Ja, ich bin noch am Weg, ne? Da ist er hier. Und nicht rein, ne. Gibt aber auch keinen Punkt, wo man irgendwie mal eine Abkürzung einschalten kann oder sowas, ne? So, jetzt passt es. Schafft er oder schafft er nicht? Herzlichen Glückwunsch. Hat er geschafft? Ja, ja. Kommt mal hier zu mir. Hier muss man wieder so eine Laterne anschalten. Das klingt auch gesund. Ich kann mal wieder mit dem Leuchtturm drehen hier. Ich kann die Linse neigen. Auf meine Frisur. Oh, schade vorbei. Hoch, hoch, hoch. Ach, da oben. Jetzt sehe ich es erst da. Du musst ein bisschen weiter drehen. Ah, nee, okay, ging. Ah, das sind vier Stück. Also, da. Da und da und da. Ne, da nicht. Oben? Wo ist vier? Ja. Und dann direkt nach unten gehen. Ah, da unten. Ah, das ist klar. Du bist hässlicher Mann, geh weg. Ich bin ein schöner Mann. Oh, dann. Ja, warte, da oben ist da. Da ist das. Habt ihr die jetzt ausgelassen? Ja, da. Haben wir eine ausgelassen. In der Mitte. Ach, oben. Oben auf dem Berg. Weiter, weiter. Ja, 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 okay. Ah. Sauber. Und was passiert? Na ja, hier geht's ja jetzt weiter irgendwie, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, der Kompass zeigt immer noch hier. Ja, da brennt ein Schiff. Da unten. Oh. Und ein Geisterschiff. Und noch ein Geisterschiff. Ei, ei, ei. Ja, lass unser Schiff aber in Ruhe. Oh, was für stolz Schiffe. Ist das unser Schiff, was da brennt? Ist das unser Schiff, was da brennt? Da brennt kein Schiff. Brennt doch nicht. Na klar brennt das Schiff da unten. Das brennt doch nicht. Da warst du. Natürlich brennt das. Hä? Was ist los mit dir? Ich schick's euch. Das sind die Laternen, man. Ne, ne. Barbosa? Wir können jetzt hier ein Foto machen. Hier, guck mal, ich zeig's dir. So sieht's bei mir aus. Wir sind die Schiff, die Spanisch-Split. Wir sind nicht mit Piraten. Blutty. For them want lives as soldiers in Marcos' waters. So fight they die. Hier, guck's euch an bei Twitter. Ich hab's euch geschickt. Und if that's the choice you will. Unser Schiff brennt. Open fire! Alert! Egal. Seh ich noch nicht dein Bild. Ja. Die Geisterschiffe schießen hier jetzt. Warum seh ich denn dein Bild noch? Hier von der Burg auch. Ja. Müssen wir denen helfen, oder was? Genau. Ich denk mal, wir müssen nur zugucken, oder? Wie das im Krieg so ist. Ja. Wie du es bei jeder Schlacht machst. Ja. Ich kann dein Foto nie aufmachen. Ich fühl mich wie bei Minas Tirit. Hat Mutter gezogen, Katapult. Seid, dass hier nichts mehr weitergeht? Jo, ich glaub, wir müssen da mal ein bisschen weitergehen hier. Also der Kompass zeigt, dass wir da runtergehen sollen. Runter? Ja, okay. Ich hab keine Ahnung, oder? Gibt's da hinten noch was? Ufo oder irgendwas? Nee. Oh. Wo seid ihr? Na, noch hier gucken, ob es irgendwas gibt hier oben. Das sieht gar nicht so aus. Ja, sollen wir jetzt runter? Runter? Oder wo sollen wir jetzt hin? Also wie gesagt, der Kompass zeigt, dass wir runtergehen sollen. Auf unser Schiff. Ja. Brülly ist auch schon unten. Ah. Nicht auf unser Schiff, sondern auf das mittlere Geisterschiff zeigt er. Stimmt. Na dann? Da ist ja gar kein Leiter dran. Jetzt vielleicht, oder? Wenn da Löcher drin sind? Ja, das geht auch weg, wenn man hier drin ist. Ach so. Ist ja nun mal nur ein Geisterschiff. Der labert ja noch. Jetzt zeigt er wieder zurück, da hinten hin. Ja, bei mir nicht. Bei mir zeigt er mal noch ein Schiff. Also sobald du an Land bist, zeigt er aufs Schiff. Okay. Jetzt geht's Schiff runter, oder? Die schießen auf mich. Ah ja, da sind Leute. Sind ja nur Geister. Die machen aber Schaden, Mann. Da sind wir schon. Stimmt. Banana. Au. Aua. Siege ein Phantom. Habe ich abgeschlossen. Sehr gut. Aua, ey. Und wie hast du das gemacht? Mit dem Schwert ruchgehauen. Okay. Ich siege Phantome, 4 von 10 Da sind doch welche 5 von 10 Wo sind sie? Ich sehe keine mehr, nur 5 von 10 Vielleicht innen drin? Jetzt sind sie wieder da Innen drin sind keine Ja 9 1 Da hinten hier Hier ist er Ah, wo ist er hin? Da hinten Wo ist er? Down Sehr gut Komm wieder welche Erstmal an der Kugel zu lassen Aber wir haben es ja jetzt, ne? Sagt der Kompass Müssen wir vielleicht die Schiffe wegschießen? Ne, wir sollen hier weiter kämpfen Wir sind doch geistig Da Da ist der Oberboss Black Dog Briar Was da Was da Der hat sich null bewegt Der ist einfach zu Boden gegangen Da hat man aber gut in diesen Mangel genommen grad eben Dadurch Wenn du weiterhörst Wenn du weiterhörst Mit den Mangel Mit den Mangel Wiese Nein Fortschritt gespeichert Der Schiff Kompass zeigt aber woanders hin Ja Ja da hinten auf die Insel Aber wir müssen ja glaub ich da hin segeln Ah ok Captain der Erinnerung Hallo Schiff Von der Fremd war euch nicht unser Schiff? Nein Ich habe übrigens ein Foto immer noch nicht gekriegt Aber jetzt Nein Ich hab du Guckt doch Ich hab da auch ein Bild geschickt Äh Die Folge ist übrigens zu Ende Leute Ja Okay Es war ähm Zwibbel oder? Boah meine Folge Na gut dann liebe Freunde Wir haben den komischen Piratencaptain hier besiegt Oh ja Fand ich gut Gegen Phantome gekämpft Und machen uns jetzt auf den Weg Zu gucken was hier noch so weiter geht Auf der Kapitäns Hatz Also bis zum nächsten Mal Seid dabei Guckt rein Und seid keine Landratten Bis dann Tschüss